das kann kein bivak in der nähe wir können uns in dem haus dort drüben verstecken was heißt denn von der idee guck mal da drüben wir können uns da drinnen verstecken na ja aber die können überall her kommen ja ich sehe es hier kein bivak in der nähe die latschen doch überall rum hier immer mal das motorrad hier da kommt schon wieder ein auto gefahren gucken ob die luft da rein ist da drüben ja ich denke sie alle ab ich fahre mal rüber guck ob das haus da die luft rein ist ja sieht gut aus dass sogar ein auto und das hat keiner gesehen hat hat keiner gesehen verdammt aber das haus ist clear das wird rausgeschnitten ich muss mir die zeit aufschreiben was ist er denn das wird rausgeschnitten ist das ist nee aber wo liegt er denn ja wo liegt er denn ich bin weg ich bin bei dem haus drüben wo ich gesagt habe wo wir uns verstecken können das motorrad hat mich abgeworfen wieso nun wie so ein störrischer gaul ja es ist halt wenn man angeben will liebe zuschauer dann passiert sowas aber das macht dir spaß da voll rein zu hauen hatte habe ich gesehen das hast du mit genuss gemacht so kommt jemand das haus rein und machen eine kurze pause oder naja hoffentlich muss ich mich hier hin ich gehe das andere aus weil da gibt es nämlich wahrscheinlich noch ein stockwerk so aus dem da brennt licht was war das so ich bin ich erschrocken ich habe schnell eine granate ab ich lege mich da oben hin hier brennt tatsächlich licht oben vielleicht ist jemand zu hause verstärkung angefordert warum irgendjemand muss uns bitte christian da seid denn ihr ich bin doch ich habe mich hier oben jetzt versteckt wo seid ihr da oben ihr habt da vorne hingeschossen tja ich war dann wahrscheinlich gehen wir ins haus und legen wir uns hin und fahren und sonst geht es irgendwie ihr macht mich fertig nö gott steven alter ich schmeiße mich in den dreck ich schmeiße auch wenn es mich hier noch ein bisschen geht das überhaupt nein vergiss es vergiss es mit dem direkt legen ja ja also kommen wo wir uns durch verhalten wenn wir uns ruhig verhalten ja naja aber bis jetzt wissen sie nicht wo wir sind bis jetzt wissen sie es nicht jetzt wissen so vier jetzt wissen sie es ja ich war da hat einer noch hallo bist du geschossen hast ja so wie es macht jetzt noch mal jemand hier krach da geht es rein ich habe mich im schrank ja besser ist das ich habe wahrscheinlich ein neues scharfschützengewehr bekommen ach du grüne neun hat es jemand gehört was denn oh nö dann ist gut so also bis dann ne joo bis gleich bis später so sind wir wieder zurück ja ja wir leben alle noch ja noch noch was heißt denn das jetzt 800 gater das kommt näher das ist ein Fahrzeug das ist den was man mir befragen sollen also gelesen wir hören sie es hat schon kennt meinst du das da drin in der Basis denke ich mal ich habe ein neues scharfschützengewehr das hat keiner gehört das hat keiner gehört wunderbar ja wir machen immer so lange doch ein halbes stück noch ein halbes stück dann müssen wir anhalten oder was bewegt das sich ja der bewegt sich also das heißt ab ins auto der fährt jetzt ab ins auto richtung der vier kommt ihr ich fahre der fährt quasi an der großen firma gerade vorbei ja der kommt näher wir müssten langsam mal rankommen hier dass man stoppen oh hubschrauber ja der haut ab einer muss ans geschütz der fährt expo kommst du oder ich habe auf der reifen gerade geschossen jetzt zählt er um wir versuchen ihn zu stoppen ob es da war ein tier so bei dass sie alle ab aussteigen wer hat jetzt da auf das auto geschossen ich bin ja einer von denen ich bin da gar nicht zugegen das ist eingeschlagen jetzt auch den einen den kannst du noch nicht töten kacke kacke ja du sollst doch nur mit ihm reden. Er hat ihn getötet. Warte, kann man den heilen? Nee, tot ist tot. Geh mal. Mich kann man übrigens hier heilen. Das ist ja der Seedrit. Ja, hier. Ja, muss man wiederholen. Das ist Seedrit. Danke. Warte. Ja, ähm, gute Frage. Einsatz unter Karl Schießschuhm wiederholen. Müssen wir jetzt alles nochmal machen, oder? Nee. Jetzt gehen wir nicht so nah an das Ding da ran. Ich habe jetzt keine Lust da, das ganze Gebäude hier zu clearn. Wo müssen wir denn hin, hier? Erstmal weg. Mal im Expo Sito hinterher hier. Hörst dich auch nicht gut an, Expo. Ja, das ist mein ewiger Husten. Darken Husten. So, jetzt hat er gerade sein Mikro gemutet. Das habe ich gehört. Aha. Er vergisst es wieder anzuschalten. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Hörst du mal. Ups. Ups. Wissen Sie, den Gegner mit E in die Beine. Damit Sie noch Informationen von Inhal Hall. Äh, wie jetzt. Ach so. Der Wagen fährt da hinten. Soweit war alles richtig. Bis du den falschen Knopf gedrückt hast. Ja, ich habe ein F gedrückt. Es ist nicht verhörend. Nein, B ist verhörend. Glaube ich nicht. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, aller Fragen. Ich glaube, E ist es. Wir haben kein Auto mehr. Nischt. Der fährt. Immer weiter weg. In die andere Richtung. Kein Auto. Nischt. Ist da ein Biwak? Wann mal, vielleicht hat es da ein Biwak in der Nähe. Nee. Da die Berge jetzt hoch. Ist ja auch doofer. Aber sowas von. Das ist ein Typ irgendwo. Soll ich mal gucken, ob ich da drinnen einen Hubschrauber klauen kann? Boah, das dauert ja ewig. Das ist nicht mein erster Hubschrauber, wo ich klaue. Ach was? Boah, der ist jetzt. Ich gucke, ob es da einen Hubschrauber drin hat. Aber hat es nicht. Doch, hat einen Hubschrauber. Oh, ist sogar ein Höhlen. Schöne Hubschrauber. Bist du was? Warte, ruhig. Den ist abgeschossen. Ich? Ich wollte den so töten. Ja. Ihr spielt da mal rum und ich hole so lange den Hubschrauber, ja? Granatäpfel. Die fliegen in die Luft. Ey, die kann man essen. Die sind gesund. Da ist was. Da ist ein Fahrzeug. Ich schnapp' mir den Hubschrauber. Mäh, der hat Schafe. Mäh. Wie Minecraft. Ich brauche Wolle. Ich muss mir ein Bett machen. Also, zwei Mopeds haben wir hier. Oh, die Schneidbrenner. Einmal. Ich bin gleich da. Das kriegen die nicht mit. Oh, doch. Lauf, lauf, lauf. Lässt du dich dann respawnen bei uns? Der immer Hubschrauber haben will. Hoppala, Entschuldigung. Oh, gefahren zu 100. Ja, ja, das ist nicht schlimm. Geht doch da rüber. Ey, komm nicht mal hoch. Geht nicht rüber. Was macht denn der? Der fährt nicht. Ach, Mann, ey. Ich habe gerade meine Spritze auswählen wollen. Ja, ich lasse mich respawnen bei euch. Ich war bloß noch einen Meter weg von einem scheiß Hubschrauber. Wow, wow, wow. Toll, der Hubschrauber fliegt jetzt auch noch weg. Jetzt komm, weiter, 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 das schaffst du. Also, ich bin gelaufen. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Ich lauf jetzt auch, weil das Motorradfahrt, he was weh. Scheiße. Scheiße. So. So, wo sind sie denn? Hä? Da oben. Sind zwei so eine scheiß Dinger? Mhm. So, renn weg. Gefahren zu 100. Wir werden alle sterben. Oh, nee. Wir werden alle sterben. Die scheiß Dinger, die gehen ja fast nicht kaputt. Ich bin gleich da. Mann. Ist jetzt einer schon her? Ich bin oben. Haben wir gar nichts mehr. Na? Wer ballert denn da? Ich? Puh. Haben abgeballert. Okay. So, wir brauchen ein Fahrzeug, ja? Brauchen ein Fahrzeug. Oh, nee. Ich hab mir so ein Penner wieder über den Haufen geschossen. Wir retten dich. Was sind denn das für Penner? Ja, die sind schon ein bisschen höherstufig. Muss der nachladen denn eh? Wo ist er denn? Das Divi. Ach, da ist er ja schon wieder. Naja, hat mir wieder selbst geheilt. Ja, sind wir fast da. So, wir müssen jetzt irgendwie das Fahrzeug da umstoppen. Versuch mal in die Reifen zu schießen. Ja, das hatte ich ja neulich schon. Also beim letzten Mal. Aber Mist, der entfernt sich schon wieder. Jetzt fällt man in eine andere Richtung. Oha. Wir hätten da bloß warten brauchen, oder? Oh, der ist schon wieder weg. Toll. Und wir sind sehr oben. Ja, ich nicht mehr. Ich bin schon wieder ziemlich sehr unten. Jetzt fährt er da. Wo fährt er hin? 33. Nicht rund. Ja. In einem Gebäude. Kommt er wieder raus, oder wie, oder was? Also bewegt sich immer noch. Ich glaube, der fährt da hinter der Firma weiter. Kann auch sein, er kommt wieder. 900. Wir brauchen ein Fahrzeug. Also, er fährt die Straße weiter. Oh Gott, brauchen wir. Da stehen zwei Mopeds. Sind das unsere gewesen da? Nee. 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 Unsere haben wir doch im schrägen Gestein lehessen. Ja, genau. So, ich versuche jetzt, es dann nochmal hinzukommen, irgendwie. Darf bloß nicht entdeckt werden. Oh, Nütze. Biggerhut. So, na dann. Jetzt sind. Ja, komm, 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 komm. Na. Ach. Ich glaube, das sind die von uns. Die Linie hat da auf der Schräge. Was ist denn das für ein weißes Zeichen hier? Weißes Zeichen? Ja. Wo bin ich da? Auf der Minikarte. Unter mir direkt ist so ein weißes Zeichen. Ich laufe zum Biwak. Irgendwas Unterirdisches. Ich laufe zum Biwak. Und dann können wir uns dazu treffen. Jetzt komm. Oh Mann. Ich bin gleich beim Biwak. Ich hab keine Ahnung. Der ist immer weiter weg. Der ist immer weiter weg. Aber ich bin gleich beim Biwak. Ich hab mich gestoßen. Toll. Das Schifftboot ist genau auf der anderen Seite. Jetzt muss ich um den ganzen Zeh umlaufen. Normalerweise, wenn ich da das Biwak aufschlage, müssen wir uns ja dort eigentlich alle treffen, oder? Weiß ich nicht. So, hier sind die Mopeds. Hier können wir mit Mopeds fahren. Ja, soll ich das jetzt machen mit dem Biwak oder nicht? Ja, ist schon besser, wenn wir alle sind, oder? Ja, probiert ja mal. Ich bin gleich da. Probieren geht über das Studieren. Ich rutsch den Berg runter. Erschöpft. Es war viel lokalisiert. Biwak wird aufgeschlagen. Oh, es kann sein, ich sitze alleine hier. Ja. Aber ich hole aber einen Hubschrauber. Und dann hole ich euch, ja? Wow, Crash. So, ich würde mir jetzt... Geht das? Oder... So, Werkstatt. Oh, wow, wow, haben die Turbo Booster mit Motorrädern. Fahrzeug auswählen. So, Biwak abbrechen. So, da steht mein Hubschrauber. Ich hole euch, ja? Weiß nicht. Kommst du mit? Wo seid's denn? Ich bin getroffen. Scheiße. So, aber voll runterzummen. Der ist da drüben, Pferd. Drohne hat mich voll weggeballert. Scheiße. Auch noch ein Hubschrauber. Wo ist denn der? Da kommt's nicht. Wo ist dieser fucking Hubschrauber? Da unten fährt der LKW. Halt. Scheiße. Was? Oh, ihr habt's überlebt. Der fährt hier jetzt genau hier lang. Okay, ich versuch, die Fahrzeuge auszuschalten, ja? Ich muss mal ein bisschen tiefer. Okay, zwei Fahrzeuge habe ich ausgeschaltet. Ich kann jetzt aber nicht auf den Ballern, weil sonst ist er tot. Ja, aber die LKW ist weit weggefahren. Ja, aber die Begleitfahrzeuge habe ich ausgeschaltet. Wo fährt er denn jetzt lang? Stevie, wo bist du? Da Haftal, was tut jetzt, glaube ich. Warte, komm, hol dich. Expo, ich hol Stevie ab, ja? Ja. Du musst ihn mit deinem Gewehr dann auf die Reifen schießen. Habe ich probiert. Ich meine, er ist Stevie jetzt, vom Hubschrauber aus. Halt, das schafft er nicht. Soll ich dich abholen? Da ist eine Drohne hinter uns. Ja, ich düse schon ab. Warte, ich muss kurz abdüsen.